hier geht es zum titel welcher mein name ist an die rolle und wir begrüßen euch 64 überraschungsprojekt es ist nur so kurz projekt das wird nur drei parts sein aber trotzdem machen wir das beste aus mario grand prix auf 150 wir werden glaube ich drei parts dafür verwenden mario werden halt beim spielen von mario party was wir auch let's play hat ja hatte ich den vorschlag gemacht so kommt nicht mario kart 64 ja und da gehen wir jetzt mal ja bin wahrscheinlich voll schlecht du bist wahrscheinlich voll gut aber mal schauen ja mal schauen die frage ist schon trifft und so ja das geht aber bringt nicht so viel was ist das war ich ich weiß ob das ist ja furchtbar ja ich würde nicht so hart ausschwenken als wäre ich so gerne geliebte aber ich auch auch da geht mein da gehen das ist meine kindheit dann muss man andere wohl in der wand verschwunden er läuft genauso ab wie in anderen mario kart macht das einfach voll vorne und ein holbar soweit bin ich gar nicht vorne ich sehe nicht gar nicht mehr ich unsichtbar bin und er ist noch ein unter verlaufen ja mit dem bleiben im namen des gesetzes über dem gesetzgewerk nein 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 ich habe mich schon schnell gesehen das habe ich ich war wollte auch vorbeifahren waschen ich bin hat zwar geschafft erst wenn ich nicht gedacht ja wer hätte das gedacht das war runde 1 folgen doch drei weitere von mir direkt aus mario party ich muss ein bisschen gewinnen mein ego und so für die ehre war alter sei es aber vorsichtig damit das könnte ins auge gehen ja ich habe eine nachrichtung abgeschossen wäre es irgendwie zurückdenken ja an was zurückdenken wie man hat spielt man schon lange gespielt was das letzte mal ist das gespielt habe und über zehn jahre oder so viel länger so war auch einmal die nintendo 64 noch relevant ja ungefähr da nein denn den bitt aber ich bin irgendwie überrascht die ganze auf den ersten platz bin ich gedacht ich werde jetzt gegen die mann und dann seid ihr auf einmal ich möchte auch um gott gott im baulwurf es geht meine pumpe gefahren wo habe ich jetzt weiter werden können ich bin erster ausgezeichnet ja wir sind schon wieder vertraut aus das kannst du auch so nicht sagen da wenn ich mit der links spieler ne seht ich nie sind wir ganz vorne ich wollte es versuchen auch doof wir sind gar nicht so schlecht sie sind hier voll gut da warst du ja habe ich ganz kurz gesehen im augenwinkel und mit dem dicken und mir schon wer passiert und trifft und geht hier gar nicht in dem spiel auch der baum und er glaubt irgendwie fähig hier ist das spiel hier schneller als die neuesten teile ja anzeige sind ja war echt betrunken die blöde alter die blöde kuhl letzte stecke muss man nur anhalten hier nicht nicht hier ist der zug viel viel kürzer müssen gleich sehen super nintendo sie kommen da der hat hier gar keine wagons dran der zug ist aber nur hier ich brauche ich meine einige hat meine eigene markier joshi so bau sagt ich habe jemand getroffen aber bau sagt start kuba r nintendo geworfen hier ein partner hier habe ich hier einer verpasst manchmal nicht entlang fahren eigentlich ja aber ich weiß nicht genau wie die abkürzung da funktioniert aber das bergten zu großen oben wie ich auch mein gott war ein feuch auf lot warum auch los das joshi oh gott ich sehe dich nicht und wisse in der letzten runde und du bist mit der banane eingefahren gerade hilfe weil ich bin auch der kontrolle wir sind außer kontrolle nein ich bin aus dem weg gefahren man wirklich ausgezeichnet ja das war der erste cup das genauso habe ich mir vorgestellt habe deswegen spielen die leute nicht so gerne mario katt mit mir ich frage mich warum siegerehrung die lange wachung ging jetzt zehn minuten ja da ich doch glaube ich habe es in einem fahrrad reinpacken aber dann haben wir alle ja und dann ja dann im zweiten part machen wir dann halt den kompletten battle modus ausgezeichnet eigentlich alles noch daran erinnern der waage da kann man nichts weiter in dem spiel doch man kann man kann nur noch im zusätzlichen modus bei schalten aber dafür müsste man wirklich auf 50 100 und 150 alles auf gold haben da könnte man den spiegel modus freischalten aber das ist nicht unser ziel all right aber so mal gleich noch mal jetzt die blumenkappen und mario raceway oh gott die strecke auf spiegel muss ist diese strecke geht die komplette cancer ja ich kann mich an ihm vorbei war es dir nicht möglich und voll düsen auf ein blauer panzer ist das denn ist ja an der wand hängen geblieben ja in dem ich auch blau panzer ist das betrunken gewesen aber echt es kann schon mal passieren bei economy ich glaube du hast du vorgelegt du bist mich gefälligster business wie soll man denn da hat durch kommt dieser war ab der esel affe statt beweg ja das kommt ganz vorbei auch das sind gefährlich waren wir die viel größer sind als wir gerade verschwunden und hier luft aufgelöst und dahin ein nein was hat was dann aus dem weg ob es zurzeit aufzuholen muss aufholen ein paar stunden ich kann meine pilze nicht benutzen wenn ich ein bin das geht nicht ein sehr immer noch eine runde denke mal also schon die letzte ich bin jetzt gerade in die letzte runde reingekommen was ist denn hier los die eigene banane nein es geht keine items auch so ein alter ich habe schon wieder keins bekommen nah allein nein zweiter ausgezeichnet wir weiter gewesen hast du wir sollten wir sollten vermeiden nicht beide fünfter bis achter zu werden also müssen wir die stecke doch mal fahren war ja es so wäre wenn der meise spiel spielt wenn du da fünfter bis achter wirst dann was ich nicht qualifiziert hat muss die stecke noch mal fahren nein dann erfunden die war die gemacht das alte bellen balancing hier ist ja auch einfach ein traum was weiter und das verdammten blitz bekommen ja das ist aber hier normal ich mache jetzt jagd auf pilze ich sag nur alte balancing war war hier nicht da da hat wohl das budget nicht gereicht und 6 3 und das denn passieren wie mario party werden so hey du hast auch schon sein brett gewonnen ja ich weiß dass ich drei gewonnen habe noch gar nicht erst aber ist ein erster tod ist erster und er wird auch erster bleiben er ist nämlich schon im ziel ach da ich habe jetzt echt nicht für mich oh mein gott ich werde ich sage sage ich glaube es liegt nicht so gut für dich aber nur hat zwei doppel immer aus heute schocker bauten ich gehe aus dem weg ich gehe aus dem weg alle fahrten wie die besoffenen runter ist besser als jeder fahrsimulator ich bin zu schnell in diesem spiel mein gott ist schon wieder dagegen gefahren blöde rote panzer ich bin auch noch ich bin auch da ich bin auch da weil ich runtergefallen bin und dann auch noch in diese komische spalte gefallen bin und ihr habt keine alte so jetzt bin ich auch in der letzten runde was auch hier aus dem weg nein browser mit bespickt was mir ein item hat genau nein nur sagt würde banale dreck von mir oh mein gott ja du hast dich qualifiziert ich hätte mich nicht qualifiziert oh mein gott ich bin sechster das läuft nicht gut ja mit bau so halbvorteil mario star besteht mario star oh mein gott es ist so schnell wir sind so schnell justen wir haben ein problem ich habe mir das nicht an was auch immer drüber vor hat ist das bau sein holen er ist nicht beschwindigkeit als er durch ja da das hier ist sonic wollte ich gerade sagen er ist ein bisschen zu schnell schon fast nein 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 es gibt es nicht wir sind so schlecht die anderen können nicht gewinnen oder oh gott wenn ich so nach und stelle oh gott dritten bringt überhaupt nicht gar nicht gibt es auch alle hatten sind eine banane hinter sich und alle nehmen sie mir die sachen weg kommt mir nicht so da ich bin bewaffnet und gefährlich sonst kann man nicht einschließen als dreier panzer licht und auch keine roten panzer doch in den grünen reinkt waren in grünen meine ich nicht wie die nahe indrecken volle nein mit dem baum nein mitnehmen die pflanze jetzt gleich mit dem browser nein 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 ich bin gar keine kontrolle wo ich hinfahre manchmal aber auch manchmal keine kontrolle bei diesem spiel echt ein bisschen einige mal das gefühl dass ich wirklich bremsen muss und jetzt auch keine so knapp wie die sekunden ausgezeichnet ich war gewonnen wenn ich erst da geworden mehr ich habe keine ahnung ich habe jetzt nicht auf die punkte geachtet 21 ich bin ich glaube schon ob du hättest gewinnen können das gleiche bild ja das gleiche bild mit wario mit wario noch nie so viel panikattacke von diesem spiel dafür dafür sollte ich mein best aufgeben ihr volker mäßig so gut ich habe mich dazu best auf ein paar teil lohn würde ja schaue ich das video an das ist best of pur weiß nicht ob ich damals dort gespielt habe irgendwie auch schon gespielt habe also ich habe alles ich habe auch wirklich alles gespielt auch extra ich habe wirklich alles auf auf gold gebracht ok